Das kann ja nur passieren, wenn eine Gewaltherrschaft so etabliert ist, dass sie diese ganze Maschinerie beherrschen kann und organisieren können die Deutschen. Und das Gewissen der Menschen? Ja, sehen Sie, das ist ein Punkt, wo Hitler einen ganz großen Schaden angerichtet hat. Er hat nämlich versucht, das Gewissen der Deutschen zu manipulieren. Er hat ihnen eingeredet, dass was sie tun müssen, dass sie nämlich die Juden vernichten müssen, weil die Juden unser Unglück sind, was ja nicht von Hitler stammt, sondern viel früher entstanden ist. Das ist ein Opfer, das sie bringen müssen. Und ich erinnere mich an einen, ich weiß nicht mehr mit wem ich darüber gesprochen habe, eine Autorin, die hat einen KZ-Mann, einen Wachmann interviewt. Und den hat sie gefragt, haben Sie denn überhaupt kein Mitleid gehabt mit den Menschen, die Sie da misshandelt haben? Und dann hat er gesagt, doch, ich habe schon Mitleid gehabt, aber ich musste das ertragen. Das ist ein Opfer, das ich bringen musste für die größere Sache. Und da ist das Gewissen, Hitler hat ja immer betont, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, ihr braucht nur zu tun, was ich sage, die Verantwortung übernehme ich, als ob man das Gewissen von einem anderen Menschen übernehmen kann. Und ich glaube, man kann ein Gewissen auch schärfen oder einschläfern oder manipulieren. Und dann an einem irgendwelchen Themen, die wir Schule sind genau hier, das ist ein Gemurrchen, das ist ein Gemurrchen und dieser G&W. Und man kann sie sehen, ihr braucht auch bei ihren Gesellwert. Und er in diesem Argument mit der anerkennung, Und dann ist das ist ein Gemurrchen. Das ist ein Gemurrchen. Und dann kann sie das ein Gemurrchen. Und dann kann sie das Gefühl, dass wir die größten, wir brauchen, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.